Endlich! Ich muss sagen, dass ich von deinem Vorratskommen enttäuscht bin. Ich hatte dich eher hier erwartet. Sag, hattest du ein Problem damit, deine Brüder umzubringen? Hattest du ein Problem damit, mich in den Abgrund werfen zu lassen? Die Ewigkeit ist grausam, Rasiel. Als ich Jahrhunderte zuvor erstmals in diese Kammer schlich, hatte ich die wahre Macht des Wissens noch nicht ergründet. Die Zukunft zu kennen, Rasiel. Zu sehen, wie sich ihre Wege und Strömungen ins Unendliche hinziehen. Als Mensch hätte ich diese verbotenen Wahrheiten niemals kennengelernt. Aber jeder von uns ist so viel mehr, als wir einst waren. Spürst du nicht mit deiner ganzen Seele, wie wir gattergleich geworden sind? Und sind wir als solche nicht unzertrennlich? Solange ein einziger von uns noch steht, sind wir unschlagbar. Unsere Zukunft ist vorherbestimmend. Möbius hat meine Entwicklung bereits vor Äonen vorausgesagt. Wir spielen beide die Rolle, die das Schicksal für uns geschrieben hat. Entscheidungsfreiheit ist eine Illusion. Ich habe die Grabkammer der Saraphan gefunden, Kalm. Wie konntest du nur einen Priester entweinen, indem du ihn in einen Vampir verwandelt hast? Warum sollte ich nicht? Man muss sich um seine Freunde kümmern, Rasiel. Und noch mehr um seine Feinde. Wer könnte mir besser dienen, als die, deren Leidenschaft die Begriffe gut und böse bei weitem übertrifft? Die Saraphan waren Erlöser, die Nosgott vor unserer Fäulnis verteidigten. Meine Augen sind geöffnet, Kain. Ich empfinde es nicht als edel, dass du dieses Unleben in meinen sich sträubenden Körper pflanztest. Du magst deine Vergangenheit enthüllt haben, aber du weißt nichts darüber. Du denkst, die Saraphan wären edel, selbstlos? Sei nicht einfältig. Ihr Ziel war das gleiche wie unseres. Du hättest mich beinahe gehabt, Rasiel. Aber dies ist nicht der Zeitpunkt oder der Ort für ein Ende. Das Schicksal verspricht weitere Verflechtungen, bevor dieses Drama sich komplett auflöst. Zu Колse Marciel, Erlöser und Zerstörer, Bauer und Messia, willkommen, zeitumspannende Seele. Willkommen zu deiner Berufung. Wo bin ich, möchtest du wissen? Doch besser fragtest du dich, wann bin ich? Nun gut, du alte Schlange. Wenn du bloße Hände bevorzugst... Damit habe ich nicht gerechnet. Diese Kristallkugel setzt unsere Feinde, die Vampire, außer Gefecht, macht sie hilflos und bewegungsunfähig. Allerdings scheint sie auf deine spezielle Waffe hier die gleiche Wirkung auszuüben. Aber du musst mir glauben. Ich führe nichts Böses im Schild. Du kannst deine Maskerade als Wohltäter aufgeben, Möbius. Ich weiß, wer und was du bist. Ich sollte dich gleich töten. Vielleicht solltest du, mein Junge. Aber du kannst nicht. Bist du dir da so sicher, Möbius? Meine Rolle als Hüter der Zeit erfordert zuweilen ein gewisses Maß an Allwissenheit, Raziel. Nein, du wirst mich nicht töten. Diese Ehre bleibt deinem Schöpfer vorbehalten. Kein. In etwas mehr als 30 Jahren von heute an. Hm. Hm. Ihr beide seid wahrlich ein Paar. Du bist so schicksalsergeben wie er. Der Tod kommt zu uns an, Raziel. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ganz im Gegenteil, Raziel. Ich kenne dich sehr gut. Und es bekümmert mich zu sehen, wie grausam Kein dich benutzte. Ich kenne dich, seit du der Seraphan-Bruderschaft angehörtest, Raziel. Wir standen einander sehr nah. Oh, bitte. Glücklicherweise musst du mich nicht lieben, um mein Verbündeter zu sein. Befinden wir uns in der Festung der Seraphan-Priester? Ja. Aber die ruhmreichen Tage der Seraphan sind schon lange vorbei, fürchte ich. Wir leben in eher zynischen und unschicklichen Zeiten. Meine Söldnerarmee bewohnt jetzt diese Festung. Wir versuchen, das Gedenken an die Seraphan durch unseren demütigen Kreuzzug zu bewahren. Ist das der Vampir Vorador? Ja. Die Geißel des Kreises. Das wohl verdorbenste und dekadenteste Exemplar dieser degenerierten Rasse. Er ermordete sechs der wehrlosen Hüter, als sie sich in diesen Raum geflüchtet hatten. Und du selbst hast das Massaker irgendwie überlebt? Ich und zwei weitere. Der Kreis war zerstört. Nur wir drei wurden verschont. Wie passend. Du verzeihst mir doch, dass ich nicht gleich jede deiner Botschaften naiv schlucke. Dir von der Ruf des Betrügers. Und wer verleumdet mich so? Dein Übeltäter Kahn? Der, der dich verraten und vernichtet hat? Unser gemeinsamer Feind? Berücksichtige deine Quelle, bevor du mich so streng beurteilst. Unsere alte Freundschaft wird wohl kaum neu aufleben. Jedoch verfolgen wir ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide, dass Kahn stimmt. Ich kann dir dabei helfen. Du wirst dich da nicht einmischen wollen, alter Mann. Ich kenne alle deine schmutzigen kleinen Pläne. Aber bei diesem hier verlierst du langsam den Boden unter den Füßen. Du unterschätzt mich, Raziel. Lass es mich beweisen. Selbst jetzt noch liegt Kain auf der Lauer. Nicht wissen, dass ich dich aus dem Zeitstrom herausgerissen und hierher gebracht habe zu mir. Sieh nur, wie er um die Säulen herumlungert, die er dereinst zerstören wird. In dem närrischen Glauben, deinem Zugriff entkommen zu sein. Die Säulen stehen auch noch in dieser Zeit? Ja, Raziel. Denn sie verkörpern die göttliche Macht, die unsere Welt bewahrt. Wir, die wir den Säulen dienen, schützen ihr zerbrechliches Gleichgewicht. Doch Kain ist auserkoren, das Gleichgewicht zu stören. Ich glaube, du kennst bereits die Einhüde, die durch seine entsetzliche, selbstsüchtige Entscheidung entstand. Kains gesamte Existenz bedroht wie ein Geschwür dieser Welt. Solange er lebt, schwebt Nosgott in höchster Gefahr. Vielleicht wirst du niemals wieder menschlich, Raziel. Doch kannst du das Wesen deines Menschseins und den Adel deines serafanischen Erbes neu verstehen. Gehe zu ihm, Raziel, und mach ein Ende damit. Doch zunächst musst du deinen Weg aus der Festung finden. Und da, so fürchte ich, kann ich dir nicht helfen. Meine Soldaten werden deine Anwesenheit hier nicht verstehen. Sie werden versuchen, dich zu töten. Doch habe keine Furcht. Sie sind keine Gegner für dich. Beschränke die Opfer auf ein Mindestmaß. Doch tu, was du tun musst. Alle großen Bewegungen brauchen ein paar mehr Terrain. Wieder allein schaute ich mich um und bemerkte einen zweiten Zeitstromraum, dessen Eingang fast identisch mit dem des ersten war, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. Dieser Kristall war bedeutsam. Doch wie sehr, sollte ich noch herausfinden. Überall in der Festung fand ich Beweise für meine adelige Herkunft und mein Leben als Priester der Serafan. Dieses noble Erbe wurde mir geraubt, als kein meine heilige Krypta überfiel und mich schändete. Außer Reichweite von Möbius' verfluchtem Stab fühlte ich, wie die Kraft des Soul Reaver langsam zurückkehrte. Wenn diese Kristallkugel bei Vampiren so schwächend wirkte wie bei der Klinge, dann gäbe sie Möbius einen mächtigen Vorteil gegenüber seinen Feinden. Schließlich begriff ich, wie Möbius' Kreuzzug die Vampire so erfolgreich dezimieren konnte. Wenn er seine Feinde lähmen konnte, dann waren sie ihm ausgeliefert. Doch wie, fragte ich mich, könnte der Stab den Soul Reaver beeinflussen? Als ich mich dem innersten Heiligtum der Festung näherte, überkam ich ein eigentümliches Gefühl. Als verließe ich meinen Körper, mich überkam ein Schwindel, die Realität selbst zerrte an mir und krümmte sich um mich. Die Störung schien von der entlegensten Kapelle des Allerheiligsten zu stammen. Als ich vorsichtig näher kam, verstärkte sich das Gefühl der Entwurzelung mit jedem Schritt. Dies war also das Grab von König William dem Gerechten. Ein Märtyrer, der Möbius zu seinem Kreuzzug anspornte. Ich erinnerte mich an Kyns Reise als junger Vampir. Wie Möbius ihn zwang, in die Geschichte zurückzureisen und William zu töten, damit die Bürger von Nosgoth sich voller Hass an den Vampiren rechten. Und hier entdeckte ich nun die eigentliche Quelle meiner Unruhe. Es war der Soul Reaver selbst, der wie eine Reliquie ausgebreitet da lag. Er war zerbrochen, nach dem Kampf zwischen William und Kain. Ich hätte so etwas nicht für möglich gehalten, bis natürlich Kain die Klinge an mir selbst zerschmetterte, bei seinem vergeblichen Versuch, mich zu töten. Auf diese Weise wurde die dem Reaver innewohnende Kraft befreit, die sich an mich band und zu meiner symbiotischen Waffe wurde. Und so traf der Reaver auf sein früheres Ich, immer noch gefangen in dieser materiellen Hülle. Gebannt sah ich, wie die spirituelle Klinge sich löste und sich der Länge nach um ihr materielles Gegenstück herumschlängelte. Gleichsam wie Zwillinge trafen sich Klinge und Spiegelbild und weckten den Geist des Reavers zu voller Stärke. Und zum ersten Mal spürte ich die wahre Präsenz dieses anderen Wesens, willensstark, hungrig und noch verwirrt von der tausendjährigen Gefangenschaft. Der Reaver wurde mein Herr, und ich war lediglich sein Wirt. Hilflos gab ich ihm meine Seele, auf dass sie die Klinge stärke. Doch der Reaver sah nicht darauf, mich zu zerstören. Denn ehe ich mein Bewusstsein verlor, lockerte die Klinge ihren Griff. Als ich erwachte, wurde mir gewahr, dass uns nun eine zerbrechliche Allianz verbannt. Der Reaver war nicht länger bloß meine symbiotische Waffe, sondern ein fühlender Parasit, der um Kontrolle kämpfte. Was hast du mir angetan, Möbius? War das deine Falle? Wieso meine? Vergiss nicht, dass es Kain war, der dich hierher führt und nicht ich. Und trotzdem verfluchst du mich. Die einzige Seele Nosgots, die dich begleitet und unterstützt. Kain lacht über unsere Tollheit und schwelgt in deinem Ersetzen. Diese Klingen, die sich hier in unheimlicher Umarmung verschwenden, haben selbst bei Kreaturen, die weit langlebiger sind als du, nacktes Entsetzen hervorgerufen, alter Mann. So eng umschlungen, wie sie sind, könnten sie leicht die brüchige Hülle deiner Seele zerschmettern. Raziel, bedenke deine Schritte. Ich bin nicht schuld an diesem Treiben. Ich hatte lediglich die Absicht, dich bei deiner gerechten Aufgabe zu unterstützen. Na, du zitterst ja, Möbius. Bist du vom Mut verlassen? Es war offenkundig ein schwerer Fehler, deinen Stab so leichtfertig zurückzulassen. Ist er es, aus dem du deinen Mut gewinnst? Hör mich an, Raziel. Du weißt ja gar nicht, was du tust. Ich nahm ein großes Risiko auf mich, als ich hier vor dir erschien, so wehrlos und doch gewillt, dir meine guten Absichten zu beweisen. Hast du nur einen Funken deines seraphanischen Adels, wirst du es nicht tun. Während du nach meinem Leben trachtest, wird dir dein wahrer Feind entkommen. Mach dir keine Sorgen um kein alter Mann. Ihr beide werdet euch bald schon in der Hölle treffen. Wie du sagtest, der Tod kommt zu jedem von uns. Ja, das Rat des Schicksals erfordert es. Was sagtest du? Das Rat des Schicksals. Der unausweichliche Zyklus aus Tod und Wiedergeburt, zu dem alle Menschen verurteilt sind. Wir dienen dem gleichen Gott, Raziel. Mich zu töten, hieße Gottes eigenen Diener zu töten. Und ich glaube, nicht einmal du würdest ein solches Risiko eingehen. Ich bin deiner Spülchen überdrüssig, Möbius. Nun, da ich weiß, dass du mich fürchtest, bist du keine Gefahr mehr. Kain wartet auf mich. So gehe nun, Raziel. Finde Kain und vernichte ihn. Im Namen des anderen Gottes, den wir beide dienen. Du, der du einst ein Priester der Seraphon warst, ermordet, entweiht, vernichtet und schließlich wiedergeboren allein aus seiner Gnade heraus, bist nun so mächtig ausgerüstet, um ihm als Vertreter zu dienen, als sein Instrument des Wiederaufbaus und der Vergeltung. Meine eigene Rache ist mir Ansporn genug. Bei meiner Seele. Fast hättest du mich geheimt, mein kleiner blauer Mordbrenner. Aber mehr als diese eine Chance wirst du nicht erhalten. Da kannst du sicher sein. Nun konnte ich die Klinge immer beschwören, egal wie stark ich gerade war. Doch sobald ich dies tat, war der immense Hunger der Klinge nicht mehr zu bändigen. Sie gierte nach den Seelen ihrer Opfer. Und wenn ich dem Reaver keinen Einhalt geböte, würde er von nun an seinen Hunger an mir stillen. Dies war also der legendäre Janus Order. Bekannt als der älteste und teuflischste Vampir, den es je gegeben hatte. Der Sage nach lebte er im Norden Nosgots, hoch oben auf den Klippen der Berge und jagte gnadenlos wehrlose Dorfbewohner. Seine Schreckensherrschaft endete erst, als ihn die Serafahn endlich stellten und ihm bei lebendigem Leibe das Herz herausrissen. Dieses Relikt wurde unter dem Namen Herz der Finsternis bekannt und es hieß, es hätte die Macht, das Unleben von Vampiren zu erneuern. Deshalb bewachten es die Serafahn sorgfältig, aus Furcht, es könne ihren Feinden in die Hände fallen. Doch ich fragte mich, war Janus Ordern wirklich so monströs, wie man ihn hier darstellte? Oder war dies lediglich eine künstlerische Freiheit der Serafahn, um sich selbst zu feiern, indem sie ihren dunkelsten Feind dämonisierten? Seltsam, wie sich der Kreis meines Schicksals schloss. Diese Kapelle war eine Gedenkstätte an meine früheren Serafahn-Brüder und mich. Wir starben hier den Märtyrer-Tod, um dann von Kain entweiht zu werden, indem er unseren sterblichen Überresten sein Geschenk aufbürdete. Zum ersten Mal erblickte ich das Abbild meines serafanischen Ichs, dem hier mitten unter meinen gefallenen Kameraden gedacht wurde. Es quälte mich zu sehen, wie nobel und rein ich einst gewesen und zu welch abscheulichem Phantom ich nun geworden war. Und ein tiefes Gefühl der Verletzung, des Verlusts und des Verrats kamte in mir auf, so überwältigend, dass ich es kaum zu zügeln vermochte. Jetzt wollte ich nur noch eines, Kain finden und vernichten. Ich tauchte auf und erblickte Nosgott zum ersten Mal in seinem alten Glanz. Das Land quoll übervoll Leben und Vitalität. Da wusste ich mit Bestimmtheit, dass die Welt, die hinter mir lag, nicht mehr war als Nosgottes Leichnam. Eine leblose Hülle, ausgeblutet durch Kains verdorbene, parasitäre Herrschaft. Diese zerbrechliche Welt hatte Kain geopfert, um sein eigenes trauriges Dasein und seinen Ehrgeiz zu bewahren, ungeachtet der ernsthaften Folgen. Dieser Anblick festigte nur meinen Entschluss. Ich spürte, dass die Säulen im Nordwesten lagen. Wenn Kain dort wartete, um mich herauszufordern, würde ich ihn nicht enttäuschen. Als ich diesen mysteriösen Geländepunkt passierte, leuchtete der Ring, gespeist von der Energie des Reavers, auf. Das erschuf in der Welt des Geistes eine Art Signalfeuer. Wann immer meine Kräfte im Spektralenreich erschöpft und die ätherischen Winde an meiner Seele zerren sollten, diese Signalfeuer würden mich in Sicherheit bringen und mich heilen. Diese alten Obelisken waren auf geheimnisvolle Weise auf mein spirituelles Wesen abgestimmt. Die Berührung des Symbols ermöglichte es mir, einen Abdruck meiner Seele zu bewahren, einen Meilenstein zu schaffen, zu dem ich bei Erschöpfung zurückkehren konnte und von dem aus ich meine Reise fortsetzen konnte. Obwohl ich der Festung gerade knapp entkommen war, spürte ich genau, dass mich mein Weg eines Tages hierher zurückführen würde. In die Festung einzudringen, würde jedoch keine leichte Aufgabe sein. Der Balkon, der mir erst die Flucht ermöglicht hatte, lag nun außerhalb meiner Reichweite. Als Zugang blieb einzig dieses massive Portal. Die Tore waren verschlossen, doch ähnlich wie beim Zeitstromraum, den ich zuvor gesehen hatte, war deren Mechanismus unzweifelhaft an diesen seltsamen Kristall gekoppelt, der über dem Eingang hing. Diese Vampire hatten nichts gemein mit den erbärmlichen Kreaturen, die ich in keins verkommenem Reich zurückgelassen hatte. Es schien, als bewahrten sie sich viel ihrer ehemaligen Menschlichkeit. Bei den Vampiren dieser Zeit handelte es sich nicht um räuberische Bestien, wie wir es einst waren. Diese Kreaturen wurden ihrerseits gnadenlos gejagt und unterdrückt. Und während ich immer noch glaubte, dass Vampirismus eine Seuche war, die ausgelöscht gehörte, so hatte dieser Kreuzzug dennoch nichts Nobles oder Rechtschaffendes an sich. Dies war bloß grausame Verfolgung. Die Säulen von Nosgut, unberührt, heil und unverdorben. Ich hatte sie noch nie in diesem unbefleckten Zustand gesehen. Der Anblick machte auf mich einen tiefen und unauslöschlichen Eindruck. Und dort, mitten im Zentrum der Säulen, stand das Krebsgeschwür, das sie zerstören sollte. Ich weiß, dass du da bist, Raziel. Möbius hat mich zu dir geführt, Cain. Ich hätte es mir denken können, dass du hier auf mich wartest. Und wenn Möbius dir erzählt hätte, ich befände mich auf der Unterseite der Hölle, hättest du dich dann auch ins Nichts gestürzt, nur um mich zu verfolgen? Möbius fischt nach den Unwissenden und zerrt seine keuchende Beute aus den Strömen ihrer Schicksale. Nimm dich vor seinem Netz in acht, Raziel. Erspar mir deine kunstvollen Metaphern, Cain. Ich bin dir nur aus einem Grund gefolgt. Du sollst bezahlen für deinen Verrat, auf dass das Gleichgewicht in Nosgut wiederhergestellt werde. Wessen Willen würde damit entsprochen? Dem von Raziel oder Möbius? Würde ich von dir etwa besser manipuliert, Cain? Und jetzt zeig dich mir. Die Jagd ist vorbei. Das ist keine Jagd, Raziel. Wir sind lediglich Reisende auf dem Rat des Schicksals, das bis zu diesem Punkt einen perfekten Kreis beschreibt. Wir sind hier aus einem bestimmten Grund. Ich sah bereits Anfang und Ende unserer Geschichte. Sie ist roh und nicht durchdacht. Lass uns das Ende neu bestimmen. Du und ich. Sieh mich an, Cain. Selbst du solltest nicht als Feigling sterben. Erfüllt man dem zum Tode Verurteilten nicht deinen letzten Wunsch? Ausgerechnet du verlangst Höflichkeit? Sei nachsichtig, Raziel. Ich erbitte nur dein Gehör. Das ist der erhabene Moment unseres Verderbens, Raziel. Der unsagbare Wendepunkt, der die Gesamtheit unserer Geschichte antreibt. Das ist der Punkt, an dem ganz Nosgoth verraten wird. In diesem Augenblick wird Ariel, die Hüterin des Leichgewichts, von dunklen Mächten ermordet, mit dem Ziel, die Säulen einstürzen zu lassen. Ihre Seele hat sich losgerissen und irrt im Äther umher, bei dem Versuch, sich einen Weg hierher zu bahnen. Du hast ja bereits erkannt, dass ihr Geist auf diesen Säulen lastet. Weil sie an deine Weigerung zu sterben gebunden ist, du bist der Grund für das Elend dieses Landes. Solange du lebst, ist Nosgoth auf ewig zum Verfall verdammt. Sei still, Raziel. Sieh hin. Als Ariel stirbt, werde ich geboren und Hüter des Gleichgewichts. Das ist mein Schicksal. Oh mein Gott. Im Augenblick meines ersten Schreis findet Ariels Geliebter, der Wächter Nupraptor, ihren Leichnam. Voller Trauer, gequält vom Verdacht des Verrats, verfällt Nupraptor dem Wahnsinn, der alle anderen Wächter mit sich reißt und infiziert, denn sie sind alle eine symbiotische Einheit. Mich eingeschlossen. Die Auswirkungen des Mordes an Ariel aber waren sorgsam berechnet. Der gesamte Kreis stürzt in den Wahnsinn und ich bin schon vom ersten Moment meines Lebens an verflucht, unfähig, die Rolle einzunehmen, die das Schicksal für mich vorgesehen hatte. Soll ich dir die gleiche Gnade zuteilwerden lassen, die du dem Rest des Kreises gewertest? Du hast sie achtlos ermordet, um deren Säulen wiederherzustellen. Doch als es um das letzte Opfer ging, da zuckte deine Hand zurück. Wer soll dich erlösen, Cain? Du bist doch der letzte Überlebende. Warum mich für eine Tat verurteilen, die selbst durchzuführen, du nicht den Mut hattest? Wir wollen doch die Moral mal aus dem Spiel lassen, ja? Wir beide wissen nur zu gut, dass hier für Selbstlosigkeit kein Platz ist. Deine rücksichtslose Empörung hat dich hierher geführt. Darauf habe ich vertraut. Das ist keine Schande, Raziel. Rache ist doch Antrieb genug. Zumindest ist es aufrichtig. Hasse mich, aber tue es aufrichtig. In 30 Jahren aber stehe ich vor einem Dilemma. Lass es mich die zwei Seiten einer Münze nennen. Fällt die Münze auf die eine Seite, opfere ich mich selbst, um die Säulen wiederherzustellen. Weil ich aber der letzte Überlebende Vampir Nosgort bin, würde das die Auslöschung unserer Art bedeuten. Dafür hat Möbius gesorgt. Landet die Münze hingegen auf der anderen Seite, verweigere ich mich dem Opfer und verurteile die Säulen bis in alle Ewigkeit zum Zusammenbruch. Wie auch immer, das Spiel ist jetzt ein. Wann ich, dass die Säulen notwendig sind und aufgebaut werden müssen? Ja, Raziel. Deshalb sind wir hier. Im Grunde nimmst du mir doch die Entscheidung ab. Wenn dieses Pad beendet werden soll, musst du sterben, damit neue Wächter geboren werden können. Die Säulen gehören nicht Ihnen, Raziel. Sie gehören uns. Deine Arroganz ist bodenlos, Kain. Es gibt eine dritte Möglichkeit. Ein gewaltiges Geheimnis. Verborgen in deiner Anwesenheit hier. Aber dieses Geheimnis musst du selbst enthüllen. Entdecke dein Schicksal, Raziel. Es liegt alles hier vor dir. Du hast es selbst gesagt, Kain. Deine Münze hat immer nur zwei Seiten. Anscheinend ja. Aber angenommen, du wirfst deine Münze oft genug in die Höhe, dann landet sie eines Tages auf ihrer Kante. Ich wusste nicht, welcher Impuls mich hatte zögern lassen, warum ich Kain so bereitwillig entkommen ließ, nachdem ich ihm so lange gefolgt war. Es gab keinen Grund, Kain zu vertrauen. Er hatte keinerlei Achtung vor mir, und doch sah ich mich auf eigentümliche Weise von seinen Worten gefesselt. Ich war schon auf zu grausame Weise, benutzt worden, um dies erneut geschehen zu lassen. Doch wenn diese Welt Geheimnisse zu verbergen hatte, so wollte ich sie enthüllen. Von dem Moment meiner Ankunft an, hatte ich das stete und untrügliche Gefühl, beobachtet zu werden. Irgendjemand, so schien es, war an meiner Anwesenheit hier sehr interessiert. Vom Augenschein her war diese Tür seit Jahrhunderten versiegelt. Es dämmerte mir, dass meine Anwesenheit hier kein bloßer Zufall war. Unterhalb dieser geflügelten Figur, die wie ich eine blaue Haut und gespaltene Hände besaß und diesen einzigartigen Schlüssel trug. Und mit einem Gefühl der Schwere und der Aufregung zerbrach ich das Siegel dieser alten Tür und überquerte die Schwelle. Als ich den Raum betrat, spürte ich, dass er seit mehreren Hundert, wenn nicht tausend Jahren, verschlossen war. Zwar entstammte dieser Raum eindeutig aus der Zeit, in der auch die Säulen errichtet worden waren, doch dieser Ort konnte nicht von Menschenhand gebaut sein. Möglicherweise hatten menschliche Augen diesen Raum noch nie gesehen. Die Wandgemälde zeigten eine geflügelte Rasse, deren Gesichtszüge sehr den meinen ähnelten. Doch sie waren schöner, während meine grotesk wirkten, engelhaft, nicht dämonisch wie die meinen. Ich versuchte, diese Bilder zu entschlüsseln. Ein großer Krieg mit Kämpfern, wie ich sie niemals zuvor sah. Die Säulen errichtet von eben jener geflügelten Rasse, die so ihre Gegner bezwang. Erneut die Flügelwesen, doch diesmal krümmten sie sich in Agonie, gepeinigt vom gleichen Blutdurst, den ich erst jüngst erfuhr, und überall, im Raum, die Zeugnisse des Reaver selbst. Weiß das, was ich nach keins Willen entdecken sollte? Ich überlegte. Lügen, Rassiel! Lass dich nicht täuschen. Ah, mein uralter Wohltäter. Und ich hegte die Hoffnung, unsere Wege hätten sich getrennt. Dein Schweigen war eine Wohltat, solange es andauerte. Keine Frage, es gibt bestimmt einen unaussprechlichen Grund für deine Anwesenheit hier. Sei nicht unverschämt, Rassiel. Ich bin ewig anwesend, hier und überall, jetzt und immer da. Ich bin noch immer das Zentrum des drehenden Rats, die Narbe dieses wettenden Schicksals. Aber vielleicht nicht so allmächtig, als ich einst glaubte. Dein Griff verliert anscheinend an Stärke. Offenkundig brauche ich dich nicht. Doch du verlangst nach mir. Diese Unverschämtheiten sind deiner unwürdig, Rassiel. Vergiss nicht, dass du hier eine Aufgabe zu erfüllen hast. Du stehst in meiner Schuld. Schuld? Ich soll Dankbarkeit empfinden für ein Geschenk, um das ich nicht gebeten habe? War es nicht dein Wille, der mich in diesen abscheulichen Kadaver zwang? Ich habe dich wieder hergestellt, Rassiel. Es war Kain, der dich vernichtete. Jener Erzfeind, der dir einmal mehr entwischte. Verlass mich nicht, mein Diener. Ich diene niemandem. Nicht dir und nicht Kain. Noch weniger dem Lakaim Möbius. Möbius ist mein guter Diener. Ich habe viele. Wenn ich aber Möbius erzählte, er bete zu einem großen Tintenfisch, würde dies seinen Glauben trüben? Du bist eigensinnig, Rassiel. Doch hüte dich. Die Umarmung einer Schlange schickt dir Gift ins Blut. Kain kennt viele Gesichter. Er wird dich verführen und täuschen. Stolz zeigst du deinen freien Willen, doch das Biest lenkt bereits deinen Entschluss. Ich hege keine Illusion über irgendjemandes Aufrichtigkeit. Tatsächlich werde ich von allen Seiten manipuliert. Ich suche bloß die Wahrheit. Das sind die unumstößlichen Wahrheiten, Rassiel. Die Qual von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Das ist das Rad des Schicksals. Der reinigende Zyklus, dem das Leben folgt. Papiere sind eine Abscheulichkeit. Eine Seuche, die dieses Land seiner spirituellen Macht beraubt. Sie blockieren den Fluss des Lebens und des Todes. Ihre Seelen bleiben in ihren scheußlichen Kadavern gefangen. Doch das Rad dreht weiter. Der Tod ist eine unauslöschliche Wahrheit. Dein Schicksal ist besiegelt, Rassiel. Du bist mein Seelenfänger, mein Solreaver, die Geißel der Vampire, der Schnitter ihrer abtrünnigen Seelen. Bleibe standhaft. Beende den Fluch der Parasiten und erneuere Nosgott. Kains Blut soll an deinen Händen kleben. Kain verdient wirklich den Tod. Er verurteilte mich zu diesem Leib. Aber ob und wann ich ihn töte, hängt an meiner freien Entscheidung. Kain hat dich ohne jeden Gewissensbiss vernichtet. Er entriss deine Seele ihrem edlen Leib und seiner Laune folgend stieß er dich in den Abgrund ohne Reue. Denk an deinen Zorn, Rassiel. Lass ihm deine Hand führen. Und so wurde mein lauernder Beobachter entlarvt. Das Wesen verschwand, als es erkannte, dass es entdeckt worden war. Doch ich konnte einen flüchtigen Blick erhaschen und seine Gesichtszüge waren markant genug. Es war der Vampir Vorador, der scheußliche Mörder, dessen Bild in der Festung zu sehen war. Merkwürdig. Ein Wesen unverfroren genug, um den Kreis ganz allein anzugreifen, wagte es nicht, sich mir entgegenzustellen. Nun gut. Wenn Vorador nicht zu mir kommen wollte, dann würde ich eben zu ihm gehen. Doch zunächst galt es Mittel und Wege zu finden, um diese Terrasse zu erreichen. Dort schien eine Passage zu sein, die nach Norden in die Berge führte. Der Zugang jedoch war versperrt und lag in für mich unerreichbarer Höhe. Vielleicht würde ich ja später ein Mittel finden, diese Hindernisse zu umgehen. Umherschleichender Freund war nirgends zu sehen, doch ich fand diese Ruinen ohnehin viel interessanter. Diese mysteriösen Symbole hatte ich schon im Raum unterhalb der Säulen gesehen und mir wurde klar, dass auch dieses Heiligtum versiegelt war und nur der Träger des Reaverses öffnen konnte. Überall in diesem Heiligtum waren Fresken der geflügelten Rasse sowie des apokalyptischen Krieges gegen ihre mysteriösen und gleichermaßen unmenschlichen Feinde zu sehen. Diese geflügelten Wesen, so schien es, waren nicht nur die Architekten der Säulen, sondern auch die dieses rätselhaften Ortes. Und ähnlich wie der Säulenraum war auch diese Weihestätte durchgehend mit Bildern des Reavers geschmückt. Stets ehrfürchtig dargestellt als heilige Ikone. Als ich mich dem Altar näherte, spürte ich mit einem Mal, wie der Reaver erwachte. Wie in Williams' Kapelle verschob sich das Gleichgewicht der Macht spürbar. Unersättlich und willensstark übte nun der Reaver die Kontrolle aus und ich verkam zur hilflosen Marionette. Der Reaver bohrte sich in den geheimnisvollen Altar, verschlang dessen Energie, die aus dem Inneren strömte und raubte diesem Ort so mit allem Macht. Gesättigt gab mich der Reaver wieder frei und ich erkannte, dass es sich bei diesen Heiligtümern um Schmieden handelte, eigens dazu errichtet, dem Reaver die Macht der Elemente zu verleihen. Nun verstand ich den Zweck dieser eigentümlichen Becken, die ich immer wieder auf meinen Reisen gesehen hatte. Es waren Taufbecken der Elemente, jedes einzelne einem elementaren Wesen zugeordnet. Als ich die Klinge schmiedete, wurden alle Becken dieses Elements in Nosgott gleichzeitig aktiviert. Die Verbesserungen des Reavers waren niemals von Dauer. Doch diese Becken ermöglichten mir, der Klinge zu neuer Macht zu verhelfen, indem ich sie in die dort konzentrierte, elementare Energie tauchte. Konzentrische Kreise, einer den anderen verdeckend. Ich kannte dieses Symbol noch von der Tür, die den Zugang zu dem Heiligtum versperrte, welches ich im See außerhalb der serafanischen Festung gesehen hatte. Vielleicht würde ich ja jetzt, bewaffnet mit der elementaren Kraft der Finsternis, zurückkehren und mir Zugang verschaffen können. Der Retter kommt in Lumpen. Woradour? Anscheinend eilt mir mein Ruf voraus. Allerdings. Nur Gutes hoffe ich. Ich beobachte dich schon, seit du aus dieser verfluchten Festung entkamst. Merkwürdig, dass deine Ankunft mit dem Verfall der Säulen einhergeht. Ich frage mich, bist du Auslöser dieser Ereignisse oder die Antwort darauf? Ich weiß nicht, was du meinst. Dann will ich offen sprechen. Ich misstraue deiner Herkunft, Fremder. Dass du aus den stinkenden Tiefen von Möbios Festung kamst, lässt mich zweifeln. Und was soll ich von deiner Erscheinung halten? Kein Mensch, nein. Eher Dämon als Vampir. Und die Säulen? Es kann kein Zufall sein, dass mit deiner Ankunft die Säulen verfielen. Daher frage ich dich nun, bist du ein Instrument der Zerstörung oder die Rettung der Säulen? Nichts davon. Nun gut. Schauen wir auf beide Seiten der Medaille. Ich folgte dir auf deiner Reise und sah, wie du munter Geheimnisse aufdecktest, die seit tausenden von Jahren eingeschlossen und tabu waren. Der Pfad, auf dem du wandelst, steht nur einem Wesen offen. Du weißt nicht, was du bist, stimmt's? Ich war schon so vieles. Findest du mich unwissend, so erleuchte mich. Weshalb soll ich's tun? Diese Welt ist ohne Hoffnung. Möge das Menschenvieh sie bekommen. Ich hätte mehr von dir erwartet als diese Kleinmut. Vor 500 Jahren wäre unsere Rasse bei den fanatischen Kreuzzügen der Serafahn beinahe ausgerottet worden. Und nun sehe ich das gleiche Drama ein zweites Mal. In weniger als einem Jahrzehnt hat Möbius' Bürgerwehr fast erreicht, was die Serafahn nicht schafften. Vampire kommen den Menschen nahe. Sieh, wohin es uns geführt hat. Was soll ich anfangen mit den Geheimnissen, die ich entdeckte? Die Darstellungen der geflügelten Rasse, die Säulen, der Reaver. Alles Märchen, Junge. Illusionen einer vergangenen Kultur, die hoffte, die Welt möge sie nicht vergessen. Ihr Erbe versickerte so lange, bis nur noch einer von ihnen übrig war. Was ihm blieb, war nur der Glaube an die alten Prophezeiungen. Auch wenn du bist, was du vorgibst, so ist dies hinfällig. Du bist einfach zu spät. Janus Aldrin, Hüter des Reaver, der letzte Überlebende und mein Schöpfer, ihn töteten die Serafahn vor fast 500 Jahren. Nur er hätte die Antworten können, doch sein Wissen starb mit ihm. Ich verstehe kaum, wie du hierher kamst, ohne seine Führung. Ohne den Reaver, den die Serafahn vor 500 Jahren stahlen. Ich fürchte, mein Freund, du und wir alle haben ganz einfach Pech. Warum sollte ich Vorador weniger trauen als den anderen, die ich traf? Tatsächlich war der Vampir eines der aufrichtigsten Wesen, denen ich bisher begegnete. Wenn Janus Aldrin der Schlüssel zu all dem war, würde ich ihn finden. Und Möbius' Zeitstromgerät wurde mir zu der Passage verhelfen. Doch zunächst musste ich einen Weg zurück in die Festung finden. Und ich glaubte, dass die Weihe-Stätte im See mir dabei behilflich sei. Ah, mein starker Fögeskind ist hier. Und hat mehr entdeckt, als dir lieb sein kann, fürchte ich. Was soll ich halten von diesen Ruinen, die das Land verschandeln? Was ist mit den Bildern in dieser Kammer? Sie sind lediglich die Täuschungen einer gescheiterten Zivilisation. Dein Pfad ist falsch, Chaziel. Diese alte Rasse hofft anhand dieser Hieroglyphen, die Zukunft manipulieren zu können. Bedenke deine Schritte. In dieser Welt sind dunkle Mächte fest entschlossen, dein wahres Schicksal zu verändern. Daran zweifle ich nicht. Die Frage ist nur, sprechen Sie in diesem Moment zu mir? Deine Arroganz wird noch mal dein Untergang sein, Raziel. Beuge dich meinem Willen, oder dein Schicksal ist je beendet. Deine Wut lässt mich kalt. Ich bin jenseits deiner Macht. Meine Macht reicht weiter, als du glaubst. Du spielst ein sehr gefährliches Spiel, Raziel. Die Wandmalereien ließen keinen Zweifel mehr zu. Diese geflügelten Kreaturen waren die Architekten der Säulen. Und obwohl die Bilder nur schwer zu entschlüsseln waren, schienen die Säulen ihre Feinde auf irgendeine Weise vertreiben oder verringern zu können. Babys. Baby. Dad. Baby. 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 Das war's. Ich tauchte den Reaver in das Schmiedefeuer und erfüllte die Klinge mit der elementaren Macht des Lichts. Derart bewaffnet besaß ich nun alle Möglichkeiten, die Festung erneut zu betreten und Möbius' Zeitstrommaschine endlich für meine eigenen Zwecke zu verwenden. Zeig dich, Kain. Hier, Raziel. Hier ist alles entschieden. Ich weiß nicht, wer hier die Fäden zieht. Spielt doch keine Rolle, weil ich sie zerschneiden werde. Ab hier folge ich nur meinem Weg. Wenn das nur so einfach wäre. Dein Fatalismus ist ermüdend, Kain. Aber in mir verwurzelt, Raziel. Du musst verstehen, dass wir die Geschichte nicht ändern können. Das Schicksal bestimmt unser Treffen. Wir würden es wieder tun. Geschichte ist unabänderlich. Wirf den Stein in einen starken Strom. Das Wasser wird ihn umspülen, als gäbe es kein Hindernis. Wir beide sind nur Steinchen im rasenden Strom der Gezeiten. Das Kontinuum der Geschichte ist einfach zu stark, zu widerständig. Jedoch, wie erklären wir das, William? Hier. Einst geliebter König. Dann Tyrann. Als ich jung war, sah ich seinen Aufstieg zur Macht. Und seine Wandlung zum Zerstörer von Osgott. Bleib, wo du bist, Kain. Jahre später bot sich mir Gelegenheit, in die Geschichte zurückzureisen, nicht wissend, dass Möbius hierbei die Fäden hielt. In meiner Weisheit ergriff ich die Möglichkeit, den jungen König zu töten, bevor er Nosgott verwüsten konnte. Dadurch verschaffte ich aber Möbius einem Vorwand, um unsere Rasse brutal zu morden. Ich warme dich. Nicht weiter. Diese eine ruchlose Tat durchtrennte den Strang der Zeit. Die Nemesis wurde niemals Nemesis. William starb als Märtyrer. Ich, der Vampir und Mörder, schrieb unseren Untergang. Und Möbius profitierte von allem. Ich zerstörte den Tyrannen und schuf einen Neuen. Doch wie kann das sein? Was, wenn Geschichte unwandelbar ist? Die Antwort findest du hier in diesem Raum, Raziel. Möbius trieb William und mich vorwärts und sorgte dafür, dass wir beide den Soul Reaver trugen. Der Reaver ist der Schlüssel. Zwei Verkörperungen der Klinge treffen sich in Zeit und Raum. Ein Paradox entsteht, ein Zeitenbruch. So mächtig, dass die Geschichte aus den Gleisen läuft. Ist das deine Zeruberei? Nicht meine, Raziel. Deine. Du musst mich nicht fürchten, Raziel. Du hältst alle Karten. Dann sollte ich wohl deine Aufrichtigkeit testen. Solltest du die Wahrheit sprechen, dann fürchte dich. Ich könnte dich töten. Hier und jetzt. Dann tu es auch, Raziel. Was war das? Wir rasen in unser Schicksal, Raziel. Was du fühlst, ist der Sog der Geschichte, der uns zusammenführt. Hier treffen Geschichte und Schicksal zusammen. Laufst du wirklich an den freien Willen, Raziel? Dann beweise es jetzt. Töte mich nun. Und wir werden so Spielfiguren in einem Spiel, das wir nicht bestimmen. Man bestimmte mich zum Hüter des Gleichgewichts in Nosgott. Während du Nosgott's Retter sein sollst. Doch Möbius entwarf mein Schicksal neu. Und deines auch. Das ist Wahnsinn. Kämpfe damit, Raziel. Dieser Moment muss nicht das Ende sein. Sondern auch ein Vorspiel. Ich kann nicht. Du kannst, Raziel. Schau nach innen und erkenne, dass es so ist. Deine Macht wird unsere unausweichliche Zukunft neu gestalten. Armer Willian. Was ist das? Geschichte verabscheut ein Paradox, Raziel. Selbst jetzt drängt der Zeitstrom in sein altes Beck. Doch deine Weigerung, mich zu töten, hemmt seinen Lauf. Die Zukunft sucht den Einklang mit einer gewaltigen Entscheidung. Hier sind wir, Raziel. Und fordern unser ursprüngliches Schicksal ein. Noch ist es mir möglich, meine Rolle als Hüter des Gleichgewichts zu erfüllen und die Säulen ihren rechtmäßigen Erben zu übergeben. Den Vampiren. Und das ist das Schicksal, das ich entdecken sollte? Ich weiß nicht, welches Spiel du mit Möbius spielst, Kain. Doch ich werde nie dein Unterpfand. Anders als du schütze ich die letzten Reste meiner Menschlichkeit. Ich werde nicht zum Werkzeug deines messianischen Wahns. Nun gut, Raziel. Ich werde dich nicht bitten, mir zu vertrauen. Entdecke selbst, was du als Wahrheit anerkennst. Bescheidene Worte für den, der mir mit jedem Zug eine Lektion erteilt. Dann reise weiter und lerne deine eigenen Lektionen, Raziel. Vergiss nicht, Möbius führte dich her, doch du gehst ungehindert. Meister des freien Willens, Zerstörer falscher Zeitläufe. Vieles gibt es noch für dich zu entdecken, wenn sich dein Herz der Wahrheit öffnet und du sie erkennen willst. Ah ja, mir gefällt dein Gesicht, Möbius. Du weißt nicht, wie es weitergeht, stimmt's, alter Mann? Da stehst du, ohne deinen verdammten Stab. Ich nehme an, die Dinge entwickeln sich nicht so, wie du hofftest. Ungewöhnlich, dass dich die Fliege in deinem eigenen Netz angreift, stimmt's? Keins schädlicher Einfluss hat deinen Verstand vergiftet, Raziel. Nun witterst du überall verrat, selbst bei den engsten Verbündeten. Wir waren niemals Verbündete, Möbius. Verschwöre vielleicht, nur kurz. Warum hast du Kai nicht getötet, als du es konntest? Er war in deiner Gewalt. Stimmt. Ich hatte die Wahl und entschied für Gnade. Und jetzt kenne ich dein schmutziges Geheimnis. Die Bedeutung dieser Verschiebung, die ich spürte, als die beiden Reaver sich vereinigten. Seltsam, dass ich die Wahrheit von Kai erfuhr und nicht von dir. Tatsächlich lernte ich viel mehr, als du dachtest. Ich weiß nun, wie du versucht hast, die Geschichte für deine persönlichen Zwecke zu verändern. Doch nun liegen alle deine schmutzigen Pläne in Trümmern, nicht wahr? Und das alles, weil man meinem Willen folgte, anstatt dem Bitten und dem Flehen so vieler nachzugeben, die alle den gleichen ermüdenden Refrain anstimmten. Töte kein! Ich gehe von nun an meinen eigenen Weg, Möbius. Ich werde die Wahrheit entdecken, die hinter all dem steckt. Mit diesem voreiligen Akt verdammst du uns alle! Nicht voreilig. Ich brauche allen Willen, den ich besitze. Hat meine Weigerung, Kain zu töten, die Karten in deinem Spiel neu gemischt? Glaubst du wirklich, aus dir spricht ein freier Wille, Raziel? Du bist doch nur Kains Diener! Ich diene ihm nicht. Ich habe ihn lediglich nicht getötet. Raziel, vergiss dein eigentliches Ziel nicht! Du bist aus Erkuren zum Retter Nosgots! Oh, diesen Satz kann ich langsam nicht mehr hören. Und was die Rettung von Nosgott angeht, so sehe ich keinen Grund zur Aufregung. Und von nun an wähle ich meine eigenen Ziele Zeitstromlenker. Zur Abwechslung werde ich jetzt einmal dich manipulieren. Geh! Da hinein! Was tust du da? Komm schon, Möbius. Du bist doch gerissen. Das ist kein Problem für dich, nicht wahr? Ich verlasse dieses Zeitalter. Du wirst diese Maschine in Gang setzen und mir eine Passage verschaffen. Ich will die Welt sehen, bevor die Seraphane ihren Kreuzzug begannen. Und was ist mit Kain? Du lässt einen Auftrag im Stich! Töte du ihn, wenn es so verdammt wichtig ist! Du musst lediglich die beiden Pole des Schalters berühren, um deine Zeitreise zu beginnen. Doch bedenke dringend, dass... Du hast deine Überzeugungskraft verloren, alter Mann. Verfaule hier und vergiss mich. Du hast deineüber verwenden, was für dich. Zi Und irgendwann sieht es mir, dass du intermittierst. Selbst als ich aus diesem infernalischen Zeitstromraum emporstieg, fürchtete ich Verrat. Die Festung war ungewohnt, heruntergekommen und verlassen. Die Festung war ungewohnt, heruntergekommen und verlassen. Ich hatte nur die grausige Trophäe anschauen müssen, die Möbius in die Höhe regte, den abgetrennten Kopf Voradors, dem letzten triumphalen Mord von Möbius' halsabschneiderischem Mob. Seine Hinrichtung bedeutete gleichzeitig die völlige Vernichtung der Vampire. Weiter von entfernt, mich in Nosgots Vergangenheit zu leiten, hatte Möbius mich über ein Jahrhundert weit in dessen grässliche Zukunft versetzt. Die Absicht hinter diesem kleinen Umweg war unverkennbar. Nachdem ihm misslang, mich zu seinem treuen Diener zu machen, wollte Möbius mich über mein wahres Schicksal, das eindeutig in Nosgots Vergangenheit lag, im Unklaren lassen. Auch wenn sein Täuschungsversuch meine Absicht nur bestärkte, war es Möbius gelungen, mich hier festzusetzen. Mir blieb keine andere Wahl, als dieses Zeitalter zu erforschen und zu sehen, welche Änderungen Keins schicksalhafter Entscheidung gefolgt waren. Vielleicht hatte die Zeit mir ja einen Weg in die Berge gebahnt, die hoffentlich weitere Hinweise um das Geheimnis des Janus Orderen baden. Was für eine armselige Scharade ist das, Möbius? Keine Scharade, Rasiel. Nur das Flehen dieser gemarteten Seele. Dein Flehen berührt mich nicht nach all deinem Betrug. Du hast mich in Nosgots Zukunft getrieben, Möbius, und mich hier sitzen gelassen. Es tut mir aufrichtig leid, was ihr hierhert. Doch es musste sein. Verstehe dies als letzter Tat eines Totgeweihten. Du hast dein Ziel verfehlt. Nun siehe das Ergebnis. Blicke auf dies Land, das du mit Kain zerstört hast. Wüste und Öde. Ich wüsste nicht, warum ich schuldig bin. Du verschontest Kain und damit hast du unsägliches Leid über diese Welt gebracht. Ich kann akzeptieren, dass Kain mich ermordet hat, Rasiel. Als Zeitenwächter erkannte ich mein Ende lang vor der Tat. Es verschafft mir Befriedigung, dass Kain der letzte Überlebende seiner scheußlichen Brut ist. Dass aber mein Opfer Bedeutung verliert, hast du zu verantworten. Dein Argument ist verloren, Zeitstromlenker. Ich wüsste nicht, wie Tod oder Begnadigung von Kains zukünftigem Ich etwas änderte. Dieses Ödland wurde durch Kains ursprüngliche Weigerung bei den Säulen geschaffen. Denn trotz aller Taten blieb dieses Ereignis stets gleich. Du bist gewissen, Nöde. Aber ich glaube, du hast dich in deinem eigenen Netz verfangen. Hm. Da Kain seinen Thron nicht verlässt, sind die Säulen zum Verfall verurteilt und reißen ganz Northgott in die Tiefe. Ich glaube nicht, dass weder die Säulen noch Kains Weigerung, sich selbst zu opfern, etwas ändert. Ich denke, du hast lediglich Angst, weil du nicht weißt, was er tut. Er stört dein Spiel und du kannst seinen Einfluss nicht ertragen. Und deshalb sollte ich ihn für dich töten. Nun, da er aber überlebt hat, weißt du nicht, was passieren wird. Vielleicht zum ersten Mal in deinem ganzen Leben. Du sorgst dich, dass er tatsächlich eine dritte Möglichkeit finden könnte, um deinen Plänen zu entkommen. Kains Lügen verwirken deinen Verstand. Erlasse diesen Ort und belästige meine Seele nicht länger. Wenn du überhaupt eine Seele besitzt, du vergisst meine Mittel, dieses festzustellen. Wenn du bereit bist für ein Risiko, habe ich auch nicht vermutet. Trotz allem, du verlierst. Das waren die Säulen, meinen Augen so vertraut. Doch nun, da ich ihre wahre Bedeutung kannte, betrachtete ich die zerstörten Säulen mit einem Gefühl des Wissens und entsetzens. Und ich fragte mich jetzt, dass, ob Kains simple Weigerung, sein blanker Ehrgeiz, wirklich Ursache der Verwüstung war. Hier mussten stärkere Kräfte am Werk sein. Als ich mich näherte, erkannte ich Ariels Geist, seit mehr als einem Jahrhundert an diesen Ort gefesselt. Für immer bin ich gebunden, ohne Hoffnung, meine Seele an diesen Ort gekettet. Was den Kreis zerstörte, verschonte mich, denn ich war bereits tot und außer Gefahr. Ich allein blieb vom Wahnsinn verschoben, während Kain dem Tod entkam. Als nur Praktors Gift Kain schon im Mutterleib verdarb, war nicht nur Kain Schicksal besiegelt, sondern auch das von Nosgott. Schau uns an, zwei seelenlose Kreaturen. Ich bin eine reine Seele. Kain ist real, doch zutiefst verdorben. Deine Gefangenschaft hat dich verwirrt, Geist. Du verfluchst Kain und glaubst, er sei die Kette, die dich fesselt. Doch wir beide wissen, dass er nicht der Urheber deiner Misere ist. Die Säulen wurden von dunklen Mächten zerstört, die die Hüter selbst riefen. Je mehr ich über euren Kreis erfahre, desto deutlicher erkenne ich das Netz der Manipulationen. Kain hat ihm den Sieg serviert. Sie wollten die Säulen stürzen. Er war ihr williges Instrument. Oder war er nur eine Spielfigur? Würde dein Zorn stumpfer, wenn du wüsstest, dass sein Dilemma wohl kalkuliert war? Die Säulen mussten stürzen, unabhängig von seiner Entscheidung. Die Verwüstung wäre sogar noch größer gewesen, hätte er den von dir gewünschten Pfad beschritten. Du bist eine hinterhältige Kreatur. Doch deine Argumente können Kain nicht freisprechen. Er muss sterben, damit die Säulen wieder erstrahlen. Es gibt keinen anderen Weg. So bedenke zumindest diese Möglichkeit. Was, wenn auch Kain's Tod Ihnen nicht zu neuem Glanz verhielt? Bedenke, dass es nun zu spät sein könnte, dass diese Welt hoffnungslos verloren ist und dass deine Ketten auf ewig halten. Warum verfolgst du mich, Dämon? Du siehst, dass ich hier gefangen bin. Hab Erbarmen. Erbarmen? So wie du es den übrigen Wächtern zeigtest, als du ihnen Kain auf den Hals gehetzt hast? Oder zeigtest du kein Erbarmen, indem du ihm sein Schicksal verschwiegst, damit er deinen Zwecken diente? Oder umschloss dein Erbarmen deinen geliebten Lopraptor, als du ihn zu Kains erstem Opfer machtest? Du bist grausam. Warum quälst du mich? Ich suche bloß nach Antworten, Ariel. Nun gut, ich lasse dich in Frieden. Doch sei gewiss, du kannst nicht entkommen und gehst ins Fegefeuer. Du stehst schon an der Schwelle. Gefällt dir bliporte, du kannst du dasen Kristall machen. »Rosgen, der gescheiterte Attentäter. Du hattest keinem auf den Knien, doch dann fehlte dir der Mut, die Tat zu vollziehen. Und nun siehst du das Ödland, geschaffen von des Tirannenhand, entstanden durch die selbstsüchtige Entscheidung, das eigene Leben zu schonen, auch wenn die ganze Welt dafür geopfert werden musste. Das ist Nosgots Schicksal, solange Kain lebt.« »Ich bin der Motor des Lebens, die Quelle von Nosgots bloßer Existenz. Ich bin die Narbe des Rades, der Ursprung allen Lebens und der Vertilger des Todes.« »Vielleicht bist du ja bloß hungrig. Könnte das das ganze Geheimnis sein? Wäre das nicht eine nahezu poetische Ironie? Der große Widersacher der Vampire entpuppt sich als der größte Parasit von allen.« »Strapaziere nicht meine Geduld, Raziel. Ich habe dich erschaffen und ich werde dich auch wieder verwichten, wenn mir danach ist.« »Als dein Vertreter stehe ich über dem Tod.« »Es gibt Schicksale, die sind schlimmer als der Tod, Raziel.« »Oh, nun erkenne ich dein wahres Gesicht. Ein Krebsgeschwür, ein aufgerollter Parasit, der sich tief in das Herz dieser Welt gegraben hat.« »Geh jetzt. Spiele deine jämmerliche Rebellion zu Ende und nimm deinen Platz ein unter den Vernichteten, den Benutzten und den Verdachten. Aber eines solltest du wissen. Du bist mein für alle Ewigkeit. Du bist immer gewesen und wirst immer sein, mein Soul Reaver.« »Jenseits dieses Bauwerks lag meine einzige Hoffnung, dieser Dämonen verseuchten Einöde zu entkommen. Das Zeitstromgerät, das es beherbergte, bot mir die einzige Aussicht, zu den Anfängen der Geschichte Nosgots zurückzukehren. Doch wenn ich nicht bald dieses Siegel aufzubrechen vermochte, würde ich bis in alle Ewigkeit hier festsitzen. Der Strom der Zeit hatte mir tatsächlich den Weg freigeräumt. Nun konnte ich endlich Nosgots nördliches Gebirge erkunden. Ich fragte mich besorgt, ob hier nicht vielleicht doch noch ein Beweis für die Existenz Janus Ordens zu finden war. Hier entdeckte ich ein malerisches Dorf namens Uchtenheim, das schon lange verlassen und völlig verfallen war. Die Legende besagte, dass Janus Ordren seine Dorfbewohner terrorisierte, bis die Serafanjäger ihn aufspürten und vernichteten. Enthalten die Legenden Wahrheit, dann konnte das Lager des verrufenen Vampirs nicht mehr weit sein. Dieses Bauwerk war eindeutig nicht von Menschheit geschaffen. Wie die Figur unterhalb des Vorsprungs stumm bestätigte, waren dies die horste der geflügelten Geschöpfe. Ich stand unzweifelhaft vor dem Unterschlupf des legendären Janus Ordren. Doch der gesamte Zufluchtsort lag in Trümmern, zerstört unter der geballten Macht einer uralten Naturkatastrophe. Wie vermutet war ich durch die Täuschung des Zeitstromlenkers Jahrhunderte zu spät gekommen, um hier noch etwas von Belang zu entdecken. Da hinter mir nichts weiter als die Einöde lag, die ich durchquert hatte, entschloss ich mich, diese Schluchten näher zu erkunden. Oh nein! Immer wenn du auftauchst, geschehen gewaltige und entsetzliche Dinge. Das hält mein Magen einfach nicht aus. Kein Drama diesmal, Raziel. Du bist hartnäckig, eilst durch die Zeit, um mir zu folgen. Wartest du noch darauf, dass deine Münze auf die Kante fällt? Meine Zeit wird kommen. Wie ich sehe, hat Möbius dir einen Streich gespielt. Ja, er will wohl nicht, dass ich diesem Janus Ordren begegne. Möglich. Vielleicht hofft er aber auch, dich angesichts dieser Einöde, die ich ganz allein zu verantworten habe, gegen mich einzunehmen. Das dürfte wohl kaum nötig sein, Kain. Hätte ich auch nur die leiseste Vermutung, dein Tod könne etwas ändern, würde ich dich umbringen. Ich wusste, dass du es verstehst, Raziel. Janus ist in der Tat der Schlüssel zu deinem Schicksal. Doch du musst deinen eigenen Weg zurück in Nosgorts Vergangenheit finden. Begehe keinen Fehler, Raziel. Wir beide sind jetzt in großer Gefahr. Wir sind Reizfiguren. Böswillige Kräfte wurden ausgesandt, um uns zu eliminieren. Du sprichst, als wären wir verbündet. Ungeachtet deiner Empfindungen, Raziel. In ihren Augen sind wir es. Nun, sie versuchen sicherlich, dich zu eliminieren, Kain. Daran besteht kein Zweifel. Ich werde laufend mit Forderungen nach deinem Tod überholt. Was immer du auch aushäckst, sie hatten große Angst vor dir. Was mich betrifft, so glaube ich, dass die Billigung meiner einmaligen Auferstehung ein schwerer Fehler war. Ich glaube, sie wissen nicht, wie sie mich vernichten können. Du solltest sie nicht unterschätzen, Raziel. Und wer ist denn überhaupt dieses teuflische Sie, von dem wir reden? Wenn es sich um eine groß angelegte Verschwörung handelt, dann scheint die rechte Hand nicht zu wissen, was die linke tut. Selbst Wyrgios scheint sich bei jedem Zug ertappen zu lassen. Er ist eine Marionette. Hast du das immer noch nicht kapiert? Das ist doch die süßeste Ironie. Nosgods großer Manipulator ist ihr Spielzeug. Aber die, die die Fäden ziehen, haben sich noch nicht zu erkennen gegeben. Sie mögen es wohl nicht, wenn wir ihre sorgsam ausgeklügelte Geschichte ungeschehen machen. Du musst verstehen, Raziel. Wir haben sie nicht ungeschehen gemacht, sondern neu geschrieben. Die Zukunft fließt um unsere belanglosen Handlungen. Sucht den Weg des geringsten Widerstands und duldet nur geringfügigste Abweichungen. Dieses Gefühl des Neubeginns hast du nach der Weigerung, mich zu töten, gespürt. Und denke daran, auch in dieser Hinsicht sind wir Reizfiguren. Die Geschichte verbietet die Einführung eines Paradoxes. Und wenn sich Ereignisse dem Wechsel gemäß nicht umbilden lassen? Es ist die Reizfigur, die vertrieben wird. Denk immer daran, dass dies das Ergebnis sein könnte, das unsere Feinde provozieren möchten. Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen. Die Szenen, die ich hier entdeckt hatte, waren eindeutig. Diese Rasse der geflügelten Wesen, die Baumeister der Säulen und die Schöpfer des Reavers, waren Nosgods erste Vampire. Ihr Blutdurst schien ein Fluch zu sein, mit dem ihre besiegten Feinde sie belegt hatten. Diese Bilder bestätigten, was Kain mir erzählt hatte, ich jedoch nicht wahrhaben wollte. Ich bemühte mich vergebens, die einzelnen Bruchstücke zusammenzufügen. Wie wollte Kain dem Dilemma seines Schicksals entkommen? Und welche Rolle hatte er dabei für mich vorgesehen? Und warum waren Möbius und die dunklen Mächte, mit denen er offenbar verbündet war, so versessen darauf, ihn zu töten? Und warum sollte ausgerechnet ich ihr Mordwerkzeug sein? Musik 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 WDR mediagroup GmbH 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 GmbH WDR mediagroup 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 GmbH Mithilfe WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH GmbH WDR mediagroup 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 GmbH